Die Götter müssen verrückt sein, ist wieder da. Er entdeckt eine völlig verrückte Welt und weiß manchmal nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Er sieht cool aus, tanzt auch so gut, wie er aussieht. Er trifft neue Leute, findet neue Freunde und blickt größten Gefahren ins Auge in seinem bisher haarsträubendsten Abenteuer. Hilfe, Buschmann entlaufen. Ein total verrückter, lebenswerter, bezaubernder Film über einen Fremden in einem sehr fremden Land. Wenn Sie Nixau in die Götter müssen verrückt sein geliebt haben, werden Sie total begeistert sein von dieser neuen, herrlich chaotischen Komödie. Hilfe, Buschmann entlaufen. Buh-bye! Oh, no!